Willkommen zurück zu der weiteren Folge Call of Duty Modern Warfare im 2007er. Es geht weiter mit der Mission Die Sünden unserer Väter. Let's go! So, blättern Sie auf den Müllcontainer und machen Sie sich bereit, die Wachen im Turm auf mein Zeichen auszuschalten. Der Rest folgt mir. So, our leading's is yetst. Los, los, los! Fire! Gebiet gesichert. Alles klar, sehen wir uns mal um. Zieht die feindlichen Klamotten an und löscht die Feuer. Kamarov, ich brauche Ihre Männer am Boden, falls die Fahrer anfangen, Fragen zu stellen. Beschäftigen Sie sie, bis wir Sakajews Sohn gefunden haben. Wir haben nicht viel Zeit, also los. Mann, du siehst echt albern aus in dem Outfit. Gut, dass du hier oben bist. Du siehst so gar nicht aus wie ein Russe. Bravo 6, hier Watcher 1-6. Verfolgen einen feindlichen Konvoi, der auf euch zukommt. Ich zähle sechs Fahrzeuge, Herr Bova. Verstanden. Niemand schießt, bevor ich den Befehl anzugebe. So, ich habe das Ziel im dritten Wagen im Visier. Ich laufe gerade daran vorbei. Verstanden. Alle Teams bereit. Das Ziel ist im Jeep vor dem Begeblieb. Wir müssen ihn lieben kriegen. Also Vorsicht beim Feuer. Warf. Warf. Ausreutung. Er nimmt die Tür mit. Festhalten. Was ist das? Das Ziel versucht wird kommen. So, nehmen Sie sich, Kriegs, und verfolgen Sie den Kerl. Wir kümmern uns um die feindlichen Verstärkungen. Bravo Team, hier Watcher 1-6. Verfolge das Ziel. Verdammt, der Typ ist scheißschnell. Okay. Okay. Er verlässt den Schornplatz in Richtung Nordwesten. Schnappt ihn euch. Los, los. Okay. Das Ziel bewegt sich. Nach Norden. Zu den Außenbezirken der Stadt. Der Typ ist scheißschnell. Er darf nicht entkommen. Vorsicht. In diesem Gebiet wimmelt es vor feindlichen Verbänden. Over. Vorsicht, Feuer. Wir brauchen den Kerl lebend. So, Verbündete auf 6 Uhr. Das Ziel bewegt sich wieder. Über die Seitenstrasse links könnt ihr ihn vielleicht abfragen. Zahlreiche Feinde auf der anderen Seite dieses Zauns. Feindliche Einheit, erster Stock rechts. Oh. Oh, besser doch. Jawohl, du Haltmann. Alter. Bewegung auf den Dächern. Aktivität auf den Dächern. Verstanden. Einer ist hinter der umgekippten Mülltonne. Feind bei der Mülltonne. Verstanden. Feinde nähern sich. Verbündete auf der nächsten Seite. Zwei Ziele. Achtet auf das gute Auto hinter der Ecke. Ja, alles klar. Feinde nähern sich über den Parkplatz im fünfstöckigen Gebäude. Fallschein 6. Wir stehen unter Beschuss durch eine befestigte Position im vierten Stock. Verstanden. Das Erdgeschoss ist sicher. Bereithalten. Auf dem Balkon waren noch zwei. Feinde nähern sich über den Parkplatz im fünfstöckigen Gebäude. Fallschein 6. Wir stehen unter Beschuss durch eine befestigte Position im vierten Stock. Verstanden. Das Erdgeschoss ist sicher. Bereithalten. Okay, alle Ziele ausgescheuert. Wir können weitergehen. Bravo Team. Bestätigt Sichtkontakt zum Ziel. Aber bestätigt. Ziel beim Betreten eines fünfstöckigen Gebäudes gesichtet. Alles klar, Junge. Hier bewegt sich im nordöstlichen Teil des Gebäudes. Erster Stock. Erster Stock. Oh, weg, weg, weg! Okay, alle Ziele ausgeschaltet, er kann weitergehen. Bewegung auf dem Dach, bereit halten. Ja, ID positiv, das Ziel ist auf dem Dach, er gehört dir. Runter mit der scheiß Waffe, runter! Ich kann ihm ins Bein schießen, Sir. Nein, nicht schießen, das Risiko ist zu hoch. So, nehmen Sie die Waffe und halten Sie ihn auf. Runter damit! Der Kleine hat ein paar Probleme. Baseplate, hier Bravo 6, Zakajews Sohn ist tot, wir kommen nach Hause. Ach, Scheiße, sein Sohn war unsere einzige Spur, Sir. Vergiss es, ich kenne den Mann, er wird es nicht unbeantwortet lassen. Verschwinden wir. Unsere sogenannten Anführer haben uns an den Westen verkauft. Unsere Kultur zerstört. Unsere Wirtschaft. Unsere Ehre. Unser Blut wurde auf unserem Boden vergossen. Mein Blut. An ihren Händen. Sie sind die Eindringlinge. Alle amerikanischen und britischen Streitkräfte werden Russland sofort verlassen. Mordern die Konsequenzen spüren. Sehr ruhig einfach. Entweder wir nehmen die Einrichtung ein oder die Welt von morgen ist eine andere. Freigabe für Halo, Charlie Team, los. Zweiter Absprung. Bravo Team, bereit machen. Los. Das Ultimatum. Bei mir noch. Neu von mir. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dorthin, haut rein. Euer WorldGamer YouTube. Ciao. 하지-o. Z. Vielen Dank.